Yes! Yes! Echt? Warum bringen wir den Overwatch-Sheld? Was bannen wir? Bannen wir Kälters wegen der Kombo? Oder bannen wir... Ja, oder? Komm! Leute, redet mit mir! Ja, bann doch, was du willst! Ja, von mir auch! Okay. Dann mache ich nämlich wieder hier First-Pick Aureal. Oder Jaina, ne? Das ist schwierig. Aber Aureal ist, äh... Oder? Was sagt ihr? Lien macht das schon. Ja, das redet halt keiner, ne? Man konnte in den drei Sekunden gar nicht antworten. Ja, du so... Ja, ich mach! Klick! So, wieder Worte will keiner hören. Ich glaube, das war er, aber auch. Wo kommt denn jetzt der neue Rexa-Skin? Der neue Rexa-Skin? Nein! Ob sie den noch nicht gesehen? Ja, das war's dann. Das ist, äh... Ja, reportet erst mal Lien, ne? Ja. Wir haben es nochmal angeboten. Ja. Puh. Oder Falstad. Ja, das ist nicht so cool in der Gruppe. Oder du nimmst Falstad. Kann ich auch. Da ist der Rexa-Skin. Mech-Rexa oder sowas. Nimm Falstad, Marli. Ja. Falstad und Jojo, würde ich sagen. Joanna. Ja, ne? Haben wir nämlich schonmal alles parat. Ein DD, ein Tank und ein Heiler. Und zur Not können wir noch switchen. Ja. Butcher-Lisk ist ja cooler Skin. Ja, ne? Das wird bestimmt ein legendärer. Wo du wieder tief in die Tasche geraten musst. Hat den Kerrigan-Skin eigentlich auch so cool. Den hab ich ja nicht gesehen. Ja. Außerdem hab ich schon einen coolen Kerrigan-Skin. Den Butcher hab ich noch gar keinen Skin. Könnte auch ein legendärer sein. Der Kerrigan-Skin könnte auch ein legendärer sein. Kai? Mhm. Was sagst du zu den neuen Skins? Mach mal Tassa da hier. Guck mal, illegal gewandt. Bitch, Geld würde ich mir Kerrigan holen. Der ist echt geil. Oh, scheiße. Den find ich echt gut. Ja, der ist auch geil. Kerrigan oder was? Mein Kerrigan, ich jetzt hab's auch gar nicht ganz cool. Guys. Wir bannen jetzt einen Haumäle, ne? Oder gibt es etwas, wovor wir uns mehr fürchten? GTC. Ja, okay. Nee. Wir haben Pusten. Der kleine Ultra, das ist cool. Wir haben alles mögliche. Gaumäle. Okay. Och, und noch ein Mount. Och, die wollen mich doch verarschen. E, D, C. Ist der der mega Abfucker. Ja, das war ja klar. Ja. Wir müssen so viele neue Sachen kaufen. Ja. Wir haben auch genug dagegen. Ja. Arthas und Tassadar, ne? Das hat doch super geklappt, letzte Runde. Und jetzt haben wir einen Fallstart statt einer Jaina und einen Jojo statt einen Leoric. Der passt schon. Soll ich Mage-Skillung machen? Ja. Oder lieber Auto? Nee, Mage. Ist da der Hammer-Slow auch mit dabei? Ja, ne? Oder? Weiß ich jetzt gar nicht aus dem Kopf. Nee, der Explodierende Hammer, oder? Ja, der Explodierende. Ja, der Explodierende. Echt? Skilled die Explodierende Hammer? Ja. Für den Burst. Das ist so. Geil. Ich mag lieber mehr Auto-Attack-Damage, während der unterwegs ist. Ja, finde ich auch cooler, ehrlich gesagt. Weil, wenn du das Gefechts verpasst, du den genau richtigen Punkt zu sprengen und so'n Shit. Genau. Vor allem, wenn man es nicht so geübt ist. Ja, aber andererseits musst du dann die Auto-Tags da machen. Das ist auch nicht so easy. Wir brauchen sowieso Burst. Wenn wir keinen Burst haben, dann... ...polieren wir. Auto-Tags haben wir genug. Was haben wir alles gegen den Moshpit? Boosten. Boosten. Johanna. Johanna. Das Wegschießen von Auriel, oder? Stimmt. Auriel, genau. Das ist cool. Weiß ich nicht, ob ich mit der Range da rankomme. Ich glaube, dann stehe ich selber drin. Aber ich weiß es nicht. Nein, das müsste reichen. Nein, 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 nein. Das reicht locker. Okay. Was? Die sieht aber sehr, sehr, sehr knapp aus. Gut. Äh. Weiß ich nicht. Äh. Jojo und Tassada machen Solo, oder was? Würde ich sagen. Ja. Und die anderen drei. Wer von Beineberg hat das richtige Skill? Nein. Nicht für Solo-Lane. Äh. Mach nix. Nein, ich bin hier. Ne, falls da kein Solo-Lane. Da haben wir aber keinen DD bei uns. Ne, ist egal. Ich kann auch keinen Solo-Lane, aber nicht so gut. Ne, wir sind nur zu dritt. Oh ja, ist schon wieder da vorne. Ihr seid nur zu zweit und pusht gerade in vier Leute rein. Ja. Okay. Übliche, ganz bestimmt. Tschüss Freunde, man hat mit euch. Wir sehen uns im Nexus. Joer länger wir die hier aufhalten, ne, desto länger. Und unsere Geist zauken. Genau. Caragallou. Das war close. Ja, aber ich musste raus. Ich hatte nix mehr ready. Ach, Porta. Wirst du Porti-Porti? Ja. Machen wir denn nicht in die Hose, ne? Nein, nein. Oh. Einer nach unten? Okay, ich geh, ich geh, lass mich. Lass uns unser Ding hier nehmen. Mh. Sonst wollen sie jetzt in Sekunden, ne? Ich mach doch die Lane mit. Ja. Lanes nicht mitnehmen. Einer unten rupten, und die anderen nehmen hier oben. Geht hin und erobern an Terra. So befiehlt es der Rabenfürst. Hops. Jaina for free. Vernichtet den Totengräber. Eure Macht wird mir geblieben. Oh, der Slow of Doom. Nicht, nicht. Komm, lass runtergehen einfach. Einfach runtergehen. Komm runter. Mal durch. Wir kommen. Ups. Schön. Kareger nicht schlecht von Lane. Du musst nur Party-Porty machen. Du hast nur Mana. Okay. Wieder Lanes, ne? Wieder Back to the Basics hier. To the Roots. To the Roots. Oh, der hat doch gar keine Roots. Wo ist denn mal? Das ist so witzlos, dass zwei Tanks das gerade machen. Was ist denn los? Ja, ich bin Dying Slowly mit Triple Slow 90% Slow in 100 Jahren nach links gelaufen und abgelaufen. War das deutsch oder? Ja, das war äh. Triple Slow 90% nach links laufen. Das fehlt mir ständig. Von der Bushaltestelle, ne? Ganz ungewöhnlich. Ja. Ich brauche Mana. Da muss mal einer hoch. Geh kurz Malia blösen. Also ich will, ich weiß nicht. Aber lass dich nicht abholen, den. Ja, ich steh jetzt einfach hinten hin. Jetzt werden die Altäre erscheinen. Haltet euch bereit. Denn ihr müsst sie unverzüglich einnehmen. Ja. Mach die Lane fix. 20 Sekunden hier bis Party. 20 Sekunden hier bis Party. Ich hab oben die Lane durchgemacht. Komm jetzt runter. Am besten wie eben. Einer unten rubben. Der Rest kommt hoch. Ich. Das ist mal ne topper man. Ich tap. Macht keine Dummheiten. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich renne runter. Ich bin tot. Dann soll das rein und weg gehen. Dann soll das rein und weg gehen. Wir haben das nicht gesehen. Ja. Runter, runter, runter. Jaina, Jaina, Jaina. Pups. Cool. Ich hab nicht mehr viel Life, ne? Dann geh doch. Wir haben's doch. Falls dann uns hier nicht nach oben fliegen. Okay, dann mach ich das erst mal. Oh ja, 6 Sekunden bis zum Fliegen. Jetzt fliege ich hoch. Vorsicht! Oh. Ich bin alleine, ne? Das war, das war nicht gut. Also ich bin da rausgekommen. Du hättest mich hinten da reinspringen müssen. Ich hab doch den Escape. Ja, du hast mich aber in den Tod gelootst. Zerlin schiedet wieder. Zerlin schiedet wieder. Zerlin schiedet wieder. Hm. War voll geplant von dir in 4 Leute zu laufen. Ja, aber wie gesagt. Naja, stimmt ja. Nächstes Mal lass ich dich sterben. Du hast mir nicht mal deinen Wien gegeben. Ich hätte auch so überlebt. Wollte ich auch nicht. Jaina, komm mal rum. Nara ist, glaub ich, grad nach unten oder auch noch. Ja, 4 Raum. Zerlin. 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 Die haben keinen gekriegt, die haben wieviel die es rausgehauen, zwei oder? Da haben wir auch eine rausgehauen Komm Was ist denn da los? Bist du schon unten? Ja, das soll genießen Du musst das sagen, wenn du da Probleme hast Ich hatte auch keine Probleme und wann war er tot Ja, dann kommen wir runter Ja, dann kommen wir So, Tempel hier ist ja alles super Wisst ihr übrigens was witzig ist, wenn du als Kerrigan Mit dem Skin, den ich habe, gemountet Bis du dann die Krone auf hast Wartet auf mich, guys Wir müssen mal wieder einen Anschluss kriegen hier Kannste? Sehr schön war das Ab links Ab links Ich tappe Ich tappe Ey Wie konnte die denn da noch sogar leben? Boah Sehr schön Sehr geil Sehr schön Sehr, sehr schön Geist Das Team läuft so rund Wir spielen erst was anderes, wenn wir fünfmal verloren haben Das ist ja nichts Neues für mich War bei Hammer Time auch so, ne? Ja 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 Jetzt klappen die Force Walls Ja Das Team pflückt Komm, jetzt fighten die nochmal Also Leute, ab jetzt habe ich Quest Talent, ne? Ich heile, wenn ich volle Energie hab Ja Jaina Sehr schöner Gas Ja Okay, die Tempel Will ich weitermachen? Auch schade, aber egal, er wäre doch gefallen Ja Ja Wir tappen, wir tappen Wir tappen Alter, easy Vorsicht, zieht euch zurück Ja, tapp, 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 tapp Unten tappen, dann ist GG Ja Easy, kann das niemals enden, bitte Ich Ey, 14 Minuten Spiel Erzählt das denn, Megazord? Hahaha Wahrscheinlich wird das als Draw gewertet Ah, ich bin Gold Unglaublich Das ist ein Promotion Game Ich hab jetzt auch endlich mal wieder ein Promotion Game So viele Promotion Games Guck mal. Tschüss Tschüss Also ZDF to- z z z z z z Vielen Dank.